Musik Hallöchen Leute und willkommen zurück zu S4League Dieses Mal mache ich wieder zwei Parts für diese Woche plus das Special S4League Video Hoffentlich heute, wenn nicht dann mache ich es irgendwann mal Aber auf jeden Fall, ich hoffe das letzte hat euch gefallen Ich merke schon, was wollte ich mal im Voraus sagen Ich merke schon, dass euch die Sachen sehr gefallen hat Denn ich glaube Take Me Away hat schon 200 Likes oder sowas in dem Sinne Und keinen einzigen Dislike Das Invis-Troll-Video, sagen wir mal Invis-Video Troll, ich will nicht gerne das Wort Troll sagen Das hat auch schon 150 oder sowas Likes Also ich bin ziemlich überrascht über alle Über alle Likes und alle, also ihr seid echt geil Also das finde ich, da habe ich echt gestaunt, als das kam Also ich bin richtig, richtig stolz, so eine Fanbase zu haben Und das klang jetzt nicht so überzeugt, wie es sein sollte Ich probiere es nochmal Ich bin richtig stolz, so eine Fanbase zu haben Ihr seid jetzt einfach awesome So, jetzt ist es glaube ich besser Okay, also vielen Dank schon mal dafür Und ich wollte eigentlich die ersten paar Minuten ausnutzen, um mal durch die Post zu gehen Deswegen habe ich das schon mal offen hier Und Hallo, ich bin ein riesen Fan von dir Und liebe deine Witz Hier ein Keks Vielen Dank Ich glaube schon der 30. Keks, den ich bekommen habe Wann ist mir das nächste Mal auf? Heute Ich zolle dir meinen größten Aspekt für die gute Unterhaltung und die Videos Vielen Dank, Mr. Dusselgur Hey, was hast du gegen OS? Macht voll Spaß Ja, es macht eigentlich auch Spaß Aber wie gesagt, ich spiele nicht gern OS Hallo Access, wollte dir mal danken für alle deine Videos Vielen Dank, du bist der Beste Hallo, lieber Pikachu-Selle Pikachu-Selle, ey, ich mag den Namen irgendwie Du machst sehr gute YouTube-Videos Weiter so Vielen Dank Ich habe mal so eine Frage Wann bist du so mal on? Weil ich mit dir zocken möchte Sexy Day Das darf ich leider nicht verraten in dem Sinne Also ich künde das an, wenn ich ein Event mache Aber ansonsten glaube ich, künde ich das nicht so oft an Also ihr dürft gerne jeden Tag checken, ob ich mal online bin Und dürft, also es ist auch ein bisschen schwer, sagen wir es so Aber, ähm, ich habe eine Idee, wie wäre es denn damit? Wenn, äh, ich habe auf Facebook, Moment, ich schaue mal ganz kurz nach Ich habe auf meiner Facebook-Seite H-T-T-P-doppelpunkt-slash-slash-facebook.com-slash-access-one Habe ich, ähm, exakt, Moment Ähm, 386 Likes Wenn ich auf 400 komme nach diesem Video Beziehungsweise nach diesem Video Irgendwann Dann, ähm, dann dürft ihr gerne Ähm, von mir verlangen, dass ich das zukünftig in Facebook schreibe Das heißt, ich werde da dann jedes Mal reinschreiben Wenn ich über, äh, wenn ich aufnehme Und, ähm, wo ich genau bin Beziehungsweise in ungefähr einem Ort Also ich sag dann so Free 1 German oder sowas Oder Free Event German Und dann dürft ihr mich gerne versuchen zu finden Weil ich darf jetzt nicht, äh, jedem von euch verraten Ja, ich bin in Raum 33 Das Passwort ist A, B, C, D, E Und, äh, weil dann der Raum irrsinnig schnell voll wird Und, ähm, deswegen, äh, also Wenn ihr es schafft, äh, auf meine Also wenn ihr es schafft, meine Facebook-Seite auf 400 Likes zu pushen Dann, ähm, werde ich das in Zukunft tun Ich sollte es eigentlich so tun, aber Ach was, die kleine Wette kann aber da sein Ähm, nächstes Video Ich finde deine LP echt super Und hoffe, dass du noch sehr lange damit weitermachen wirst Das hoffe ich auch Ich hatte da einen von mir gerne genutzt Das Set für SC2, das du eventuell mal verwenden würdest Ich hab schon meinen Stift bereit Na komm Dann nimm mal CSPS und Semi-SMG oder Rail mit Skill verwende ich Bind SP Das ist sowohl Death als auch Offense Zum Striken gedacht Würde mich sehr freuen, wenn du es einmal im LP ausprobierst CS ist dann für Death and by Stairs PS bei Longway Vielen Dank für die Nachrichten Also, wisst ihr was? Das ist sowas von durcheinander und, äh, sagen wir mal in Anführungszeichen blöd, dass ich es ausprobiere Also er wollte PS Dafür nehme ich aber kein, äh, Trainings-PS Und, äh, Rail Obwohl, ich glaub, ich Ich nehm lieber Semi Wo ist meine Semi? Da ist meine Semi, okay Und dazu Bind Genau So, das werde ich erstmal ausprobieren im ersten Teil Und, äh, er hat gesagt ST2 Dass ich nicht gern spielen würde Aber naja, gut, was soll's Ähm Aber ich pausier mal kurz die Musik Das war die, äh, Post Schreibt mir gerne nochmal, ähm Ähm, so oft ihr wollt ihr in dem Ding Und, äh, Geschenke, wenn's kleine sind Aber nicht so große Geschenke Keine 15 Kapseln schenken oder sowas Sowas will ich nicht, werde ich nicht tun Ich werde's verweigern und nicht annehmen Was, ich, ich weiß gar nicht, was passiert Wenn ich's nicht einnehme Äh, seh ich denn es online Ähm, ich glaub, das wird's wieder zurückgeschickt Oder ist's dann verloren Keine Ahnung Um ehrlich zu sein Keine Ahnung Ich glaub, es wird zurückgeschickt An den 15 Tagen oder wie auch immer Aber auf jeden Fall, ähm Wenn ihr, ähm, wollt, dass ich das in Facebook ankündige Was ich so eigentlich schon tun sollte Dann dürft ihr gerne meine Facebook-Seite besuchen http Doppelpunkt slash slash facebook.com Slash access one Wenn ihr, wenn ihr dort mit eurem privaten Facebook-Account Auf Like geht Dann, ähm Dann werdet ihr in Zukunft immer, äh Naja, Benachrichtigungen in dem Sinne bekommen Also es wird auf eurer Seite angezeigt Wenn ich poste auf Facebook Was ich nicht oft tue Aber, wie gesagt Wenn ihr auf 400 kommt Dann verspreche ich Ich werde in Zukunft immer öfter mal Ähm, auf Facebook nachschauen Denn ich lasse das ganz schön hängen manchmal Und, ähm, da werde ich dann posten Wenn ich aufnehme Und dann werde ich ungefähr sagen Auf welchem Server und auf welchem Free ich bin Damit ihr zumindest wisst, äh, wo ihr suchen müsst Ich kann natürlich jetzt nicht, das müsst ihr verstehen Ich kann natürlich jetzt nicht, äh, sagen Ja, ich bin in dem Raum A, B, C, D, E, F Und, äh, dann joinen da 10 Leute Versuchen da 10 Leute drauf zu join Aber Aber ja, ich werde mal, ähm Ich will ungern ST2 spielen, um ehrlich zu sein Ähm, Wonderland wär's doch auch schon, oder? Ich geh mal auf Wonderland, ich glaube Okay, es sind Keine, die jetzt wirklich, äh, zu zweit im Clan, äh, im Free hocken und, äh, zusammenzocken Nein Ich will in den Free 1 Also, ähm, wie gesagt Die Wette mit Facebook gilt Und, äh, ich hab die Musik ausgeschaltet Damit ich schneiden kann Und, äh, das wird jetzt passieren So, ich hab mich doch, äh, dafür entschieden Hier ein, äh, ST2-Match zu machen Und ich hoffe, das wird so funktionieren, wie ich mir das denke Musik an, bitte Und weiterschalten Na, also Ah Na, oh mein Gott Dafür muss ich, damit muss ich noch zurechtkommen Moment Na, komm Oh Okay, damit muss ich noch zurechtkommen, auf jeden Fall Ähm, ja CS, PS und, ähm Oh mein Gott, hat der Anker Ah, okay Alles klar Noch geb ich nicht auf Okay Ich hoffe, der kriegt den Dreh dich um und schieß Okay Oh mein Gott Okay, erster TD Sorry, ich muss mich gerade mal konzentrieren Ähm Aber auf jeden Fall, ähm Ja, das will ich mir jetzt mal ganz kurz ausprobieren Für den ersten Teil von diesem Video Ich hoffe, es wird schnell genug umgehen Ähm Werde ich das mal ausprobieren hier Und dann kommt Was habe ich gerade getan? Okay, ja Wie, auf jeden Fall Ich, äh Werde mal Ich glaube, es wird aber ein Zweiteiler Und ich werde das, äh Das gesamte Match in zwei aufteilen Ich will das nämlich ein bisschen, äh Chronologischer gestalten hier Na, komm Na, komm Ich hab Bind Leg dich nicht mehr an Okay, gut Oh mein Gott Warum hab ich nichts getan? Ah Ich muss, ich muss noch ein bisschen zurechtkommen Tut mir leid Normalerweise bin ich ein bisschen besser Für diejenigen, die jetzt, äh Neu zuschauen Ich bin Access One Und ich bin schlecht Und das sollte ich übrigens mal öfters machen Ähm Wow Wow Ähm Ja, ähm Da ja, äh Da ich ja jeden Tag mehr Abonnenten bekomme Und, äh Die hüpft der Grußteil davon ja S4 League, äh Naja S4 League, äh Wie soll ich denn das nennen? Wegen S4 League kommt so Und, äh Da sollte ich öfters mal dann erwähnen Ja, ich bin Access One Und das, äh Nach jedem Video Also natürlich, äh Kennt ihr mich schon Für diejenigen, die schon ein bisschen länger dabei sind Aber, äh Trotzdem, wenn man neue Abonnenten bekommt Ist der erste Tipp immer, äh Wiederholt Ein paar Sachen öfters Oh mein Gott, der ist schon tot Denn, äh Es kann unter Umständen sein Dass manche dann neu zuschalten Und dann nie wissen Ja, was ist das für ein Typ? Und dann, äh Aber ja Die wissen dann halt nicht, äh Was so abgeht Deswegen ist es besser Wenn ihr ein YouTuber seid Und, äh Eine steigende Fanbase Eine sich vergrößernde Fanbase Eine wachsende Fanbase habt Dann solltet ihr das, äh Unter Umständen manchmal wiederholen Und auch das mit dem Liken wiederholen Ähm Wenn ihr jemand seid Der wirklich aufs Liken angewiesen ist Natürlich jetzt Oh mein Gott Fast gekillt Wow Vielen Dank Aber ja Äh Nur ein paar Tipps Deswegen Und, äh Ja Jetzt spielen wir mit einem, äh Komischen Set Also ich Ich weiß nicht Irgendwie, äh Es ist ungewohnt Mit PS und CS zu spielen Das sollte ich vielleicht mal ausnutzen Ich kann nämlich, äh Commit-Dashen und so Also, ähm Oh nein, ich muss Okay Oh mein Gott Okay, das ging aber schnell zu sterben Aber ja Ähm Das Set werde ich mal ausprobieren Ihr dürft gerne mehr Set, ähm Vorschläge posten Und bitte Bitte, bitte Ähm Ich hab mir das überlegt Bitte Äh Schickt die Set-Vorschläge Alle per SV-League Ähm PM Bitteschön Äh Ansonsten komme ich auch durcheinander Bei so vielen Kommentaren Ich hab schon die Hälfte der Vorschläge wieder verpasst Und das ist das Schlechte daran Warum lebst du noch Deswegen, ähm Ja, immer eure Vorschläge so posten bitte Also per SV-League-Vorschlag SV-League-PM Sowas Oh, anscheinend doch nicht Okay, dann passt der doch in ein Match Ein Video Ist doch gut Aber ja Bitte dies alles per PM checken Falls ihr einen Vorschlag habt Und das werde ich dann alles sammeln Beziehungsweise in SV-League sammelt sich das gut Weil, äh Ich da, ähm Direkt bei der Aufnahme Darauf zugreifen kann Obwohl ich mir das gerne Naja, schreiben würde Ich würde es mir gerne aufschreiben Aber Ich habe nicht immer einen Stift zur Hand Entgegen, äh Warum? Oh, das war ja gar kein Pokémon gerade Aber ja, entgegen der Aussage Die ich vorhin getätigt habe Aber egal Wie wäre es denn, wenn wir jetzt spielen? Und zwar zu Fockhorn Musik Und ich bin, äh Immer dran gewöhnt Wenn ich ein CS dabei habe Dass ich auch entweder Fliegen dabei habe Oder, äh Scheint, als ob der RFK ist Aber ja Ich habe dann immer meistens Fliegen dabei Oder Anker Aber wohl Anker halt Nicht sehr oft Deswegen, äh Okay, dachte ich mir schon Dass er Nach einer Zeit wiederkommt Hey du Hehehe Aber ja Ähm Wie gesagt Alle Vorschläge deswegen Und äh Ich würde mich jetzt gerne an das Set gewöhnen Aber ich glaube Das wird nicht so schnell passieren Ich verspiele ja sowieso nur ein Video Höchstens Wah Au Ich bin mitten Ja komm Ich wollte gerade was schreiben Aber das wäre schlecht gewesen So, jetzt lass mich hier vorbei Genau Geht er rein? Ja, der geht rein Wie glaube ich eigentlich Eins, zwei, drei Wow Ich habe die wenigsten Punkte Na komm Hey, Critical Kommt als nächstes für den Lead Oh, Mario Ah, Liquid Mario, okay OC Remix Liquid Mario Wer OC Remix nicht kennt Schämt euch Oh, okay, Moment Na komm Schaut euch einen Ball Okay Es war Äh Genug Damage Fürs Erste Na komm Defend Du hast einen CS, oder? Du hast einen CS Sag mir bitte Du hast einen CS Keine Ahnung Reset 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 Now Okay Geht Mein Aim Mein Aim Mein Aim Ich würde sagen Welches Aim Ähm Könnte ich Oh mein Gott Der ankert jetzt noch Der ankert jetzt noch Die haben Boost Auf sie Auf sie Komm Irgendeinen erwische ich Hey du Mein Gott Mein Aim Das ist so hart Was ich einen Aim Verlust hab Alleschen Leute Das war schlecht Das war schlecht Das war schlecht Okay Das war Null Damage Rausgehauen Der hat noch SP Der hat noch SP Hör Nein Nicht verarschen lassen Nicht verarschen lassen Ah 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 Ups Na komm Will einer Will einer Short gehen Ah Was haben wir da Oh mein Gott Lasst euch nicht vor Oh mein Gott Ist das alleine Ja Nicht mehr Ich sollte mein Bein Öfters benutzen Einer ist tot Oh mein Gott Ein Schuss Und 11 AW Oh mein Gott Schieß Schieß Du kriegst den Ballträger noch Ja Ja brav Brav Du hast Smash Oh Gott Das war knapp Gerade Das war extrem Schlecht Oh 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 Ankert der Ja er ankert Okay Das könnte doch etwas länger dauern Als ich dachte Oh ja Sonst mach ich ein bisschen lauter Moment Na komm Vielen Dank Na komm Der hat noch ein paar AP Äh Schießt ab Ah Anker Anker Okay Ich bleib Ich bleib in der Defense Wie wär's damit Ich bleib in der Defense Ganz dringend Ähm Du bitte Avira Okay Mein Aim ist sowas von Im Arsch gerade Wer will den Ball haben Komm Wo ist er denn Erwischt Oh 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 Ich glaube er stirbt Oder Oh mein Gott Ah Das war ein Fehler Ein großer Fehler Ein großer Fehler Yep Oh 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 Einen Moment Oh oh Reset Es muss eine Sorry Ja komm Ah Tschüss Ich hab keine Anker Ich muss mich dran gewöhnen Äh Kein Fly Ich schwör euch Leute Ich benutze kein Anker Ah Ja ich muss dringend Defenden Und nach hinten bleiben Meine ich Hinten bleiben Nicht nach hinten bleiben Man geht nicht Man bleibt nicht nach hinten Das funktioniert so nicht Und 47 Punkte ist ein Armutszeugnis Deswegen bleib ich jetzt hinten Ah schön danke Weiter geht's Angriff Angriff Lass euch nie vom CS runterhauen Okay Komm wer will Wer will Wer will Und jetzt bleib ich hinten Und die beiden anderen Gehen vor Vielen Dank Wenn ich mich konzentriere Dann spreche ich immer so wenig Das ist ein Problem Ein großes Und wenn ich spreche Kann ich nicht aimen Nein Aua Spammed Los 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 Besieg ihn Ja und jetzt rennt zum Ball Oh mein Gott Das war knapp Sehr knapp Oh warum hab ich nichts getan Warum 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 Fuck Haltet die Einfach nur hin Halten Einfach nur hin Halten Ja genau so Kannst du mich Unseren Stairs Verpissen Du nervst Du fuckst ab Vielen Dank Vielen Dank für den Assist So Jetzt geht's aber ab Komm Angriff Ich kümmere mich ums Defenden Ja ich weiß Oder ums Angreifen Je nachdem Was besser passt Das ist wahrscheinlich Budsax Oh Will der Jemen zum Ball Keine Ahnung Jetzt auf jeden Fall unten Yeah Musik bitte Oh Na komm Oh 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 Ähm Okay Alles klar Vielen Dank Ähm Dann Sehen wir uns gleich Ah Wer will Wer will Wer hat noch nicht Wer hat noch Dings Da kommt schon Einer von Ja Wusstest doch Na komm Die könnt ihr euch Die könnt ihr schnappen Yay Jetzt rennt bitte Ups Ich kann nicht schreiben Hi Ich kann Boomerang Ja komm Wer will Willst du es auch hier Yay Oh god der geht rein Oh ne King of Turk Glück ist ja da Okay Okay Soll ich jetzt vorrennen Da ist nur einer Das ist nur Toonies Wow ich überlebe Okay Genug Damage rausgehauen Für meine Meinen Geschmack Wollte ich mal sagen Und du killst ihn jetzt bitte Komm Vielen Dank Nicht runterfallen bitte Nicht runterfallen bitte Das ist dasselbe Okay Aua Die Vögel pfeifen draußen Ganz schön laut Übrigens Wir hatten bis eben Gerade 16 Grad Ich bin Vereindruckt Von dem Wetter Oh Oh Okay Das war ein Fail Ah Schieß Dings Dings Angreif Angreifen Blah No Touchdown Because Score Okay Dies war die erste von den zwei Für diese Woche Also vielen Dank Für das Zuschauen Ich mach jetzt mal so eine Zwischenrede Sagen wir mal Und wir sehen uns beim Mittwoch Beim Mittwoch Am Mittwoch wieder Beim nächsten Part See ya Ein An Angreif Am Jesus Bes وا Being